Hallo für die in Anführungszeichen Anfänger, für die noch nicht so technisch versierten Leute. Die Frage, was ist eigentlich ein Branch? Was ist Git Branch, Git Pull, Git Push, Commit, Merge und der ganze Kram. Und dann hat man hier den Master Branch und dann geht man da zum Development Branch und dann muss man das wieder in den Master Branch mergen und ja und dann Checkout und sowas. Und dann hat man schon mal gehört, aber irgendwie kommt kein Bild zustande. Ich möchte einfach diesen ganzen technischen Kram mal wegwerfen und einfach mal versuchen, ein Bild zu erschaffen, was denn eigentlich genau ein Branch ist. Und dafür gehen wir mal weg von Computern und von Dokumenten, so von Word-Dokumenten oder sowas und wir stellen uns mal Papier vor. Sagen wir, ihr schreibt einen Aufsatz oder sagen wir, ihr schreibt ein ganzes Buch. Ich mache jetzt hier mal so ein Blatt hin, weil Buch schwer zu malen ist. Aber sagen wir, ihr schreibt ein ganzes Buch und ihr wollt es veröffentlichen, das Buch. So, also wollt ihr das an eine Firma geben? Wir haben hier eine Firma und ihr schreibt also dieses Buch, wollt es an eine Firma geben und gebt es sogar an die Firma rüber und die Firma, was macht die Firma? Wie gesagt, Achtung, das ist hier Papier. Ihr habt jetzt das Papier nicht mehr, ihr gebt es an die Firma. Was die Firma macht ist, die macht Kopien und verbreitet es an der ganzen Welt. So, und dann stellt ihr irgendwann fest, ach, vielleicht, ich würde gerne nochmal eine zweite Auflage machen. Aber jetzt muss ich natürlich hier, also ich würde gerne hier so ein paar, Achtung, ich wechsle kurz die Farbe so. Ich würde gerne hier so ein paar Sachen umändern und hier, das ist auch noch ein bisschen schwer zu lesen, da müsste man ein bisschen nachbessern. Und jetzt ist es aber so, dass die Firma zum Publizieren braucht sie ja dieses Original hier, weil sie davon Kopien machen muss und kann das also nicht so einfach rausgeben. Und ihr könnt natürlich jetzt nicht einfach hier in die Firma gehen und sagen, okay, weißt du was, wir schreiben das jetzt mal um. Weil ihr könnt ja nicht mitten im Umschreiben, wenn das Buch dann kopiert werden soll und dann geht es nicht, weil ihr noch am Schreiben seid, also das ist blöd. Was also gemacht werden muss, ist, ihr holt euch das Buch von der Firma als Kopie, ihr holt euch eine Kopie und dann macht ihr auf dieser Kopie eure Änderungen rein. Und was ihr dann macht ist, wir haben ja jetzt zwei Versionen. Wir haben ja einmal das, was ihr gerade bearbeitet habt und das, was die Firma hat, um es weiterhin zu publizieren, wenn Leute weiter kaufen wollen. Was ihr dann macht ist, wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr das an die Firma geben und sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt hier was geändert, Achtung, hier da mit dem roten, achso, wir hatten schon hier so, Achtung, hier mit dem roten, da habe ich was geändert. Dann fragt die Firma, warum hast du denn das geändert? Dann sagt ihr, naja, das war vorher schlecht zu lesen, jetzt habe ich es ein bisschen einfacher zu lesen gemacht. Und auch hier und ach, und da habe ich irgendwas rausgestrichen, hier was, was überhaupt keiner gebraucht hat. Und dann sagt die Firma, ah, okay, das ist ganz klar. Okay, dann, was wir jetzt machen einfach ist, wir publizieren jetzt nicht mehr das Erste. Wir stampfen das Erste jetzt quasi ein, wir kopieren das jetzt nicht mehr, sondern wir kopieren jetzt das Zweite. Und wir publizieren das jetzt hier. Benutzen das quasi als Kopiervorlage. Und das ist, was Branchen ist. So, jetzt werden wir ein bisschen technischer. Was hier passiert ist, nur um das mal zu erklären, ihr habt ein Dokument geschrieben und dann habt ihr das an die Firma gegeben. Und die Firma benutzt das dann zum Publizieren. Kopiertes, 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 kopiertes und kopiertes auch weiterhin. Und irgendwann zwischendurch habt ihr gesagt, Moment, Moment, wir wollen da ein paar Verbesserungen machen. Und holt euch eine Kopie. Und arbeitet jetzt auf dieser Kopie. Und egal, wie viel ihr auf dieser Kopie hier arbeitet, die Firma kriegt davon nichts mit, weil das Papier ist ja bei euch vor euch auf dem Schreibtisch. Und irgendwann, wenn euer Zeug hier fertig ist, dann könnt ihr sagen, dann könnt ihr das an die Firma geben. Achtung, die Firma, dieser Strich hier ist der Zeitstrich und die Firma benutzt das weiterhin für die Kopien. Und dann gebt ihr das hier an die Firma zurück und dann sagt die Firma, okay, Achtung, jetzt setzen wir den hier aus. Ich nehme vielleicht mal eine andere Farbe. Jetzt setzen wir den hier oben aus und fangen unten einen neuen Strang an sozusagen mit der zweiten Auflage. Und kopieren die auch und publizieren die auch. Also stellt euch wirklich vor, dass hier Papier kopiert wird, um es zu publizieren. Und dass hier wirklich Papier hin und her geschoben wurde. Damit ihr von, Achtung, nochmal neue Farbe, wir nehmen mal braun hier. Damit ihr hier abziehen könnt, müsst ihr einmal das komplette Buch nehmen, davon eine komplette Kopie machen, jede Seite kopieren. Damit ihr das dann einmal hier die Kopie auf eurem Schreibtisch habt. Und dann drauf arbeiten könnt. Und wenn man das jetzt ein bisschen noch technischer macht, dann kann man sagen, das hier ist der Master Branch. Das ist nämlich der Branch, der benutzt wird, um dann zu publizieren, wo Leute, die das Buch wirklich lesen wollen, wo Benutzer, die das Buch wirklich lesen wollen, im Laden quasi das Ding kaufen können. So kann man sich das vorstellen. Und das hier könnte dann der Develop Branch sein, wo nur ihr Einsicht habt sozusagen. Ganz grob gesprochen. Also nur ihr arbeitet hier dran. Und erst, wenn ihr fertig seid mit euren Arbeiten, dann gebt ihr das an die Firma weiter, dann publiziert ihr das. Und das sind ja quasi wie so zwei Linien hier. Und was ihr gemacht habt, ihr zweigt das hier ab. Ihr holt euch eine Kopie. Ihr zweigt die Kopie ab und ihr bringt die Kopie wieder zurück. Und im Technischen sagt man dann hier, hier habt ihr einen Branch gemacht und hier habt ihr einen Merch gemacht. Das sind dann die zwei Begriffe, die man da gerne benutzt. So, um das Bild noch verwirrender zu machen. Was natürlich auch sein kann, ist, dass ihr gar nicht alleine arbeitet, sondern ihr habt noch einen Freund, der mit euch am selben Buch arbeitet. Und nachdem ihr euch zum Weiterarbeiten hier in diesem Bereich hier was abgezweigt habt, kann es ja sein, dass euer Freund auch gesagt hat, Moment, ich habe auch so ein paar Anmerkungen, die ich habe. Und dann arbeite ich da auch weiter so. Und wenn ich fertig bin, weißt du was, wenn ich fertig bin, dann zeige ich dir, dir zeige ich meine Änderungen. Moment, aber am besten noch, bevor wir das zum Publisher, zur Firma geben. So, wenn ich fertig gearbeitet habe, zeige ich dir meine Änderungen. Wir verschmelzen das beides zusammen. Wir gucken, was hast du geändert, was habe ich geändert. Dann verschmelzen wir das hier beides zusammen. Und erst dann geben wir es an die Firma. Und auch hier wurde, man könnte sagen, das ist natürlich immer eine Frage, wie man das technisch handelt, aber man könnte theoretisch sagen, dass auch hier ein neuer Branch aufgemacht wird, ein Zweig. Hier wurde was abgezweigt, sozusagen. Und das wurde dann hier mit dem, was ihr gerade, Achtung, nicht, dass das hier so ging, ja, die Route durch, so. Es wird dann einmal hier wieder zusammengefügt und von hier aus wird es dann am Ende für die Firma zusammengefügt. So, ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden. Wenn nicht oder überhaupt nicht, schreibt es in die Kommentare, dann versuche ich einfach im Zweifelsfall nochmal ein neues Video zu machen. So weit, so gut. Vielen Dank fürs Schauen. Vielen Dank.